Achtung, ein wichtiger Hinweis. Friedhof Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, der Bundesregierung, dem RGL Bayern, den Gesundheitsämtern sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Die Zahl der Intensivbelegungen entnehmen wir aus dem DWE-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Quellen, Pressemitteilungen und Presseanfragen. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Und wer unseren Kanal und unsere Tätigkeit unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube oder Odyssee. Wir sagen herzlichen Dank hierzu im Voraus. Und wichtig zur Erinnerung, schaut auch zu uns in den Telegram-Kanal, tauscht euch aus, informiert euch. Und vor allem da gibt es ganz aktuelle News über Free Truth Media. Ja, unsere täglichen Filme sowie Sondersendungen, die gibt es auch auf der kostenfreien Plattform Odyssee. Ihr findet Free Truth Media auch auf Facebook. Auf die live, da gibt es unsere Live-Übertragungen. Und wenn man mit uns in Kontakt kommen möchte, der schickt uns eine E-Mail an free-truth-media-gmx.de Hallo zusammen, es ist Montag, der 7. März. Herzlich willkommen hier bei Free Truth Media und auch in dieser Woche wieder wie gewohnt für euch. Alles rund um die Corona-Zahlen, Daten, Fakten, bisschen anderes Licht, bisschen anderer Hintergrund. Warum das so ist, das erfahrt ihr heute nach den Zahlen. Ja, wir beginnen mal mit der Übersicht. Was war in Deutschland letztes Jahr am 7. März auf den Intensivstationen los? 7. März 2021 waren deutschlandweit 19.626 Intensivbetten belegt. Und ein Jahr später am 7. März sind deutschlandweit 18.370 Intensivbetten belegt. Achtung, ganz wichtig, das ist die Allgemeinbelegung. Da sind alle Fälle zusammengefasst. Das sind nicht nur die Fälle, die an oder mit Covid-19 auf den Intensivstationen liegen. Ganz wichtig, noch mal zur Erinnerung. Ja, und wie schaut es mit den freien Betten aus? Letztes Jahr am 7. März 2021 hat man deutschlandweit noch 4.276 freie Intensivbetten. Und ein Jahr später am 7. März sind es 3.478. Nochmal die Notfallreserve auch im Vergleich zum letzten Jahr. Am 7. März 2021 waren deutschlandweit noch 10.522 Notfallreservebetten frei. Die hätte man innerhalb von, oder das sind Notfallreservebetten, die man relativ kurzer Zeit aktivieren könnte. Vorausgesetzt man hat natürlich das Pflegepersonal. Und ein Jahr später am 7. März 2022 sind es 8.240 Notfallreservebetten, die man in Deutschland zur Verfügung hat. Und wie schaut es denn mit der heutigen aktuellen Belegung, was die Personen oder die Fälle betrifft, die an oder mit Covid-19 auf den Intensivstationen liegen? Ja, der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten heute am 7. März 2022, Stand 17 Uhr. Da liegen wir heute in Bayern bei 12,3 Prozent, in Baden-Württemberg bei 11,5 Prozent, in Thüringen bei 8,3 Prozent und in Sachsen bei 12,0 Prozent. Also ihr seht hier wieder zurück, ja es geht wieder zurück seit unserer letzten Meldung. 2. März hatten wir die letzte Sendung mit den aktuellen Zahlen von 12,7 jetzt runter in Bayern auf 12,3. Baden-Württemberg gleich, Thüringen 0,3 nach oben und in Sachsen ganzen 1 Prozent nach unten. Und wie schaut es mit den Betten an sich aus? Am 7. März 2022 sind deutschlandweit 2.128 Betten mit Personen belegt, die an oder mit Covid-19 auf der Intensivstationen liegen und dort auch versorgt werden. Am 2. März 2022 waren es noch 2.163. Also auch hier seht ihr einen Rückgang der Zahlen, so wie sich der Trend auch die letzten Wochen angezeichnet hat. Und es geht immer weiter nach unten. Das war es mal mit den Zahlen heute vom Montag, dem 7. März. Und jetzt schauen wir zusammen in die Meldungen. Ja, für alle, die sich denken, hey, was ist mit dem Hintergrund los? Was ist mit dem Bild? Was ist mit der Beleuchtung? Was ist mit dem Ton? Ich kann es euch sagen, für alle, die uns ja auf Telegram folgen und auch da mit live dabei sind. Ich bin momentan ja an der ukrainischen polnischen Grenze. Das heißt also nicht weit weg von der Ukraine, um von hier aus auch zu berichten, Informationen zu sammeln. Und ja, es ist sehr spannend. Aber natürlich das einheimische Studio fehlt, deswegen kein Greenscreen. Also seht es mir ein bisschen nach. Ich musste heute nochmal umziehen, werde noch versuchen, die nächsten Tage natürlich das Licht hier noch besser zu installieren. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass die Meldungen kommen und vor allem, dass wir hier vor Ort sind. Und das gibt es dann am Ende von dem Corona-Thema, gibt es dann eben die neuesten Updates von meiner Reise hier an die polnisch-ukrainische Grenze. Aber wir fangen mal mit dem wichtigen Corona-Thema an, denn auch wenn die Ukraine momentan, die Krise oder der Krieg in der Ukraine alles überschattet, ist wichtig, was ist in Deutschland mit dem Corona-Thema los. Und um den Vergleich zu ziehen, mal hier zwei Meldungen, beziehungsweise drei, die haben es in sich. Denn Ungarn hebt fast alle Corona-Maßnahmen auf. In Ungarn sind am Montag fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben worden. In öffentlich zugänglichen Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln muss niemand mehr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maskenpflicht gilt nur noch in Krankenhäusern und Altenheimen. Und Ungarn hatte bereits im vergangenen Sommer viele Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgeschafft. Die Einreisebeschränkungen waren damals ebenso gestrichen worden wie die 3G-Regel für die Gastronomie. Die Regeln waren auch nicht wieder eingeführt worden, als im Herbst und Winter weitere Corona-Wellen durch das Land rollten. Und Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern durften bislang in Ungarn nur Geimpfte, Genesene oder Negativgetestete besuchen. Und nun sind auch solche Großveranstaltungen wieder frei zugänglich für jedermann. Auch in Belgien, da werden auch alle oder fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Belgien hat auch am Montag fast alle Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus aufgehoben. Der Zugang zu Restaurants, Bars, Theatern und Kinos war wieder ohne Nachweis von Impfungen oder Tests möglich. Kapazitätsbeschränkungen wurden gestrichen. Schutzmasken sind nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gesundheitsbereich vorgeschrieben. Die belgische Regierung kündigte in der vergangenen Woche an, dass das Land mit 11 Millionen Einwohnern am Montag vom Code Orange, der zweithöchsten Stufe der Corona-Maßnahmen, in den Code Gelb übergehen wird. Und in der Woche bis zum 5. März ging die Zahl der Infektionen gegenüber der Vorwoche um 24 Prozent zurück. Und lag bei 5.854 Fällen. Neue Krankenhauseinweisungen und Fälle auf der Intensivstation sanken ebenfalls deutlich. Also auch hier in Belgien seht ihr alles aufgehoben. Aber nicht nur Belgien und in Ungarn, sondern auch in Österreich. Da werden auch die Corona-Regeln weitgehend aufgehoben. Österreich hat seine Corona-Beschränkungen weitgehend aufgehoben. Umseits Samstag können die Menschen dort unter anderem wieder ohne Impf- oder Testnachweis in Hotels, Gaststätten und in Bars. Auch die allgemeine nächtliche Sperrstunde wurde in Österreich aufgehoben. Bei Veranstaltungen entfallen die Besucherobergrenzen. Die Pflicht eine FFP2-Maske zu tragen ist unter, ist nun unter anderem auf Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel und die Kundenbereiche lebensnotwendiger Geschäfte beschränkt. Bereits vor zwei Wochen wurden die Einreiseregeln gelockert. Für die Besuche der Alpenrepublik gilt nun die 3G-Regel. Einreisende müssen also geimpft oder genesen oder getestet sein. Aber alles andere seht ihr auch hier an Beschränkungen sind fast weg und aufgehoben. Und was macht Deutschland? Zumindest in Bayern freut man sich, dass die Maskenpflicht im Sportunterricht für die Schüler entfällt. Zum Schulstart nach den Faschingsferien gibt es in Bayern ab heute eine Erleichterung. Im Sportunterricht gilt keine Maskenpflicht mehr. Bei den regelmäßigen Schnell- und PCR-Pool-Tests bleibt es aber erstmal selbstverständlich. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hatte kürzlich gefordert, die Pflicht zu anlasslosen Corona-Tests an Schulen aufzuhaben und auch die Maskenpflicht grundsätzlich zu überprüfen. Bayern will allerdings nach Darstellung des Gesundheitsministeriums zunächst nichts an seiner Teststrategie ändern und somit auch nicht an der Maskenpflicht im Unterricht. Warum? Man weiß es nicht. Die Fachleute raten dazu, es macht keinen Sinn. Weg mit den Masken, weg mit den Tests. Aber die Regierung in Bayern sieht es anders. Und jetzt freut sich der eine oder andere von den Eltern, dass sie wenigstens im Sportunterricht keine Maske mehr tragen müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn die Fachleute sagen, hey, das macht überhaupt keinen Sinn, die Maske mehr allgemein im Unterricht, warum hebt man es nicht auf? Man weiß es nicht, vor allem wenn man die Länder außenrum, wie gerade berichtet, anschaut. Dann ist es ja schon überall fast wieder ganz normal, außer in Deutschland, außer in Bayern. Da bleibt es noch extrem. Ja, weiter geht es mit den Themen und die Deutschen, sie feiern. Ja, und sie freuen sich, dass jetzt gelockert wird und zwar 2G+. Das ist in Deutschland jetzt schon sowas, wo man sagt, oh, die Clubs und Diskotheken haben offen. Da können wir wieder rein zum Feiern, wenn auch unter 2G-Plus-Maßnahmen. Und da stehen sie schon Schlange in Hannover. Freitag durften auch in Niedersachsen Diskotheken und Clubs nach vier Monaten wieder öffnen. Aber in dem Bundesland gelten nach den aktuellen Corona-Regeln weiterhin 2G-Plus und Maskenpflicht. Auch beim Tanzen müsst ihr euch mal vorstellen. Und trotzdem stehen so viele Menschen an vor dem Club. Hauptsache rein, egal unter welchen Umständen. Man ist geimpft, man ist geboostet und man lässt auch noch gern die Maske auf beim Tanzen. Ja, in Frankfurt ging es ab der ersten Minute richtig los, titelt hier die Bild-Zeitung. Nach zwei Monaten Corona-Zwangspause durften die Clubs in Frankfurt an diesem Wochenende wieder aufmachen. Ja, zwar immer noch mit 2G-Plus-Regeln und lediglich 60% Auslastung in den Innenräumen. Aber immerhin, selbst das feiert man schon, wenn man 60% der Menschen oder der Auslastung hat. Und 2G-Plus, egal, hier geimpft, geboostert und getestet. Hauptsache man darf wieder zum Tanzen. Und in der Saarbrücken fließt der Wodka-Titel. Die Bild-Zeitung um 21 Uhr schiebt DJ Vete im Discoplex A8 in Saarbrücken. Die Lautstärke-Regler nach oben. Nach vier Monaten darf hier wieder ohne Abstand und ohne Maske durch die Nacht getanzt werden. Die Corona-Regeln sind wegen der deutlich geringer ansteckenden Omikron-Variante locker geworden. Trotzdem gilt für die Besucher noch 2G-Plus. Seht ihr, auch hier wird es wieder gesagt, hey, man feiert der Wodka-Fleece. 2G-Plus, kein Problem. Geimpft, geboostert, ab in die Disco. Und immerhin darf man hier ohne Maske tanzen. Es ist schon unglaublich, worüber man sich mittlerweile in Deutschland freut. Die Menschen freuen sich, sie feiern das, ihr seht es. Die Zeitungen vermelden das auch. Ich weiß gar nicht, ob der Deutsche nicht über die Grenzen schaut, wie wir es gerade vermeldet haben. Man weiß es nicht. Und dann kommt der Herr Lauterbach, der lässt einfach nicht locker mal. Also er, ja, er sagt, es gibt eine Sommerwelle. Ja, war klar, erst Herbstwelle, Frühjahrswelle, Sommerwelle, Winterwelle. Der Herr Lauterbach hat nun mal die Corona-Dauerwelle für sich gepachtet. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor einem Anstieg der Corona-Zahlen im Sommer gewarnt und die Beibehaltung weitreichender Schutzmöglichkeiten über den 20. März hinaus gefordert. Auch hier wird wieder ignoriert, was auf der ganzen Welt los ist. Egal, der Herr Lauterbach sagt, hey, auch nach dem 20. müssen wir Basisch-Schutzmaßnahmen unbedingt halten. Sonst erleben wir einen furchtbaren Sommer. Wir müssen mit einer Sommerwelle rechnen, sagt Lauterbach den Zeitungen der Funken-Mediengruppe vom Samstag. Ärzte-Präsident Klaus Reinhardt riet dazu auf, möglichst überall im öffentlichen Raum weiterhin FFP2-Masken zu tragen. Und der Städte- und Gemeindebund fordert mehr Klarheit darüber, wie es mit den Corona-Regeln weitergehen soll. Ich kann es euch sagen, vermutlich wird es genauso weitergehen wie bisher. 3G, das wird so der Maßstab sein. Da sagt man, hey, 3G, da kann man mit Leben. 2G plus in den Diskotheken funktioniert ja momentan auch. Die Leute freuen sich drüber. Wir warten ab. Es geht bald los, 16, 17, 18. März. Dann wird entschieden, dann wird diskutiert und dann wissen wir auch wieder mehr. Und der Lauterbach warnt auch, für 200 Menschen pro Tag endet Omikron tödlich. Der SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Bürgerinnen und Bürger angesichts bundesweit steigender Corona-Infektionszahlen erneut zur erhöhter Vorsicht aufgerufen. Da die Corona-Auflagen schrittweise fallen, müssen wir verhindern, dass die Fallzahlen im gesamten Bundesgebiet wieder steigen, sagt Lauterbach der Düsseldorfer Rheinischen Post. Denn die Pandemie ist noch nicht vorbei, sagt der Minister. Die Maßnahmen langsam zu lockern ist zwar richtig, aber wir müssen dabei vorsichtig sein. Mehr Kontakt heißt mehr Infektionen. Und das hat er auch nochmal betont, natürlich, das müssen sich vor allem diejenigen bewusst machen, die nicht geimpft sind. Im Moment wird der Omikron unterschätzt. Für 200 Menschen pro Tag endet Omikron tödlich. Das sind viel zu viele Opfer, so der Gesundheitsminister. Wichtig ist auch nochmal hier zu sagen, bei diesem Panikmuster, das wir ja schon lange von ihm kennen, ob die Menschen jetzt an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen, ob sie an oder mit Covid-19 sterben. All das ist sehr verschwommen und wir wissen das von den Zahlen her. Wenn jemand verstirbt an einer Vorerkrankung und da kommt noch ein positiver Corona-Test oben drauf, dann ist es ein Corona-Verstorbener. Also das wissen wir, wir kennen die Zahlen, wisst ihr alle, seid ihr natürlich total aufgeklärt. Aber wie man hier sehen kann, er lässt nicht locker, egal was andere Länder machen, der Herr Lauterbach ist immer anderer Meinung und damit steht er auch nicht allein. Und der Herr Buschmann von der FDP, ja, das soll er mal den anderen erzählen, ist meine Überschrift, denn der FDP, denn die FDP besteht auf Zurückfahren von Maßnahmen im Frühling. Die FDP, schauen wir mal, in der Debatte über den Corona-Kurs im Frühling pocht die FDP auf ein weitgehendes Ende von Alltagsbeschränkungen. Wenn sich die Gefahrenlage entspannt, müssen auch Maßnahmen zurückgefahren werden, sagt der Marco Buschmann, der Bundesjustizminister. Den Zeitungen natürlich der Funken Mediengruppe am Sonntag. Man kann nicht bloß präventiv auf Dauer Millionen Fachgrundrechte beschränken, darauf muss jede Lösung Rücksicht nehmen. Ja, man kann es nicht, man tut es aber immerhin noch weiter. Und auch die Abstimmung für die Impfpflicht kommt jetzt langsam immer näher. Die Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht soll Anfang April im Bundestag stattfinden, unabhängig von den politischen Herausforderungen des Ukraine-Kriegs. Die federführenden Politiker der beiden Gruppenanträge für eine Impfpflicht der stellvertretenden SPD-Fraktionschef der Dirk Wiese und der FDP-Gesundheitspolitiker der Andrew Ullmann sagten der Augsburger Allgemeinen, sie erwarten keine weiteren Verzögerungen im parlamentarischen Ablauf. Es bleibe dabei, die erste Lesung der Gruppenanträge ist für den Donnerstag, den 7. März, angesetzt, sagt Wiese. Wiese und Ullmann appellieren an die Unionsfraktion bei der geplanten freien Abstimmung, tatsächlich den Fraktionszwang aufzuheben. Die Impfpflicht ist keine parteipolitische Frage, so Ullmann. Und da sollte man auch seine eigenen Abgeordneten einen gewissen Spielraum lassen. Laut Wiese ist die Zahl der Unterstützer für den Antrag einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren in den vergangenen Wochen weiter gestiegen. Stand der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner ist jetzt 233, sagt er. Ja, das wird immer mehr, das steigt an. Warum? Man weiß es nicht. Aber es ist dann spannend, vor allem wenn abgestimmt wird, wie abgestimmt wird, wer abstimmt, wer wie abstimmt. Und vor allem, ob es tatsächlich erst in April ist oder ob man das relativ noch schnell vor dem 20. März durchwinkt. Auch hier ist ja noch alles offen. Wie geht es weiter mit den Basisschutzmaßnahmen nach dem 20. März? Man weiß es noch nicht. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Und tja, wenn man schon von der Impfpflicht spricht, wenn dann doch auch die Geboosterten Punkt, Punkt, Punkt Corona bekommen. Und zwar auch noch der Krisenchef, ja, der Krisenstabschef Breuer hat sich mit Corona infiziert. Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer, ist an Corona erkrankt und befindet sich in häuslicher Isolierung. Die Arbeit des Krisenstabs wird angesichts der Lage unvermindert fortgesetzt. Generalmajor Breuer nimmt, wo immer möglich, digital an allen Lagen und Besprechungen teil, sagte sein Sprecher der Deutschen Presseagentur. Der 57-Jährige werde durch seinen Vize den Generalarzt Rolf Hoffmann vertreten. Ihr müsst entschuldigen, das ist ein bisschen kleiner heute. Mir fehlen natürlich die Müllschämme vom Studio, aber ich denke, es geht. Ja, jetzt ist er wahrscheinlich auch geimpft und geboostert und natürlich Abstände Maske, hat trotzdem Corona bekommen. Wie kann das sein? Ja, und er hier, tja, man schmunzelt fast über den Herr Böhmermann, denn auch er hat Corona. Der Satiriker Jan Böhmermann hat sich mit Corona infiziert. Ich habe Corona, sagt er. Der hörbar verschnupfte Böhmermann in seinem Podcast fest und flauschig, der am Samstag veröffentlicht wurde. Am Donnerstag habe er noch eine ZDF-Sendung aufgezeichnet und vier Tests gemacht, die alle negativ waren. Und am nächsten Tag habe er Kopfschmerzen gehabt und beim zweiten Test, ja, war er der kleine Schlawiner Strich. Zwei Jahre habe er darauf gewartet, jetzt ist er da. Er habe Kopfschmerzen, glässrige Augen. So Böhmermann, ich denke, auch geimpft und geboostert. Er ist ja da auch ein, ja, doch Befürworter und trotzdem Corona. Und dann kommt er hier, freue ich mich natürlich euch auch, den Herrn Winfried Kretschmann mal wieder mit in der Sendung zu haben. Ihr wisst genau der, der immer gesagt hat, und dann impfen, impfen, impfen wir die Pandemie weg. Nein, Entschuldigung, habe ich falsch ausgesprochen. Und dann impfen wir, impfen wir, impfen wir die Pandemie weg. So war das die Aussage von ihm. Hat wohl bei ihm selber nicht geklappt. Denn, naja, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er sei positiv getestet worden und habe keine Symptome, sagte eine Regierungssprecher am Montag der Deutschen Presseagentur in Stuttgart. Kretschmann sei nun zu Hause in Quarantäne. Der 73-jährige grünen Politiker, Achtung, ist natürlich dreimal geimpft. Wäre er nicht dreimal geimpft, dann sagt man jetzt, ja, dann wäre er auf der Intensivstation. Tja, auch Vizeregierungschef, der Thomas Strobl, hatte sich vor zwei Wochen infiziert. Er lag fünf Tage wegen einer Lungenembolie und einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Seit Freitag ist der 61-jährige CDU-Landeschef wieder zu Hause und will sich dort auskurieren. Auch geimpft. Ja, jetzt mit der Impfpflicht. Jetzt sind alle, die geimpft sind, haben jetzt Corona. Der eine mehr, der andere weniger. Ich weiß nicht, wie man sich da noch mit der Impfpflicht überhaupt beschäftigen kann. Aber, Mann, was wissen wir? Ja, die Jecken sind schuld. Die waren geimpft. Kannst du es glauben oder nicht? Ihr wisst es, es war vom Vorfeld eine Riesendiskussion mit diesen Brauchtumszonen in Köln, wo man die eingerichtet hat, damit die Jecken auch feiern können. Und jetzt Köln vermutet Karneval hinter Inzidenzanstieg. Da schau her. Die stark gestiegenen Corona-Infektionen in Köln lassen nach Einschätzung des NRW-Gesundheitsministeriums einen Zusammenhang mit dem Karneval vermuten. Das sagt eine Sprecherin. Sicher belegbar sei das jedoch nicht. Nach dem seit Anfang und Mitte Februar Nordrhein-Westfalen ein Abwärtstrend bei den Neuinfektionen zu beobachten war, seien die Fallzahlen seit Ende der vergangenen Woche wieder gestiegen. Aktuell betreffe dies vor allem die jüngeren bis mittleren Altersgruppen der 20- bis 29-Jährigen. Im Vergleich zu anderen nordrhein-westfälischen Großstädten sei diese Entwicklung besonders in Köln, aber auch in Düsseldorf zu beobachten, also in den Karnevalshochburgen. Und Karneval-Lockerungen, viele Infektionen auch in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz verzeichnet wie zahlreiche weitere Regionen in Deutschland mehrere Tage nach dem Karnevalswochenende einen auffallend starken Anstieg der Fallzahlen. Ja, ein Zusammenhang mit Fasnacht-Veranstaltungen liegt nahe. Weitere Faktoren könnten ein verstärktes Infektionsgeschehen zumindest begünstigt haben. Und bereits in der Woche zuvortraten im Rheinland-Pfalz umfangreiche Lockerungen in Kraft. Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene wurden am 18. Februar aufgehoben und zugleich fiel auch die 2G-Regel im Handel weg. Ungeimpfte dürfen sich in Rheinland-Pfalz laut geltenden Bestimmungen weiterhin nur mit Personen des eigenen Hausstands sowie mit höchstens zwei Personen einen weiteren Hausstands im öffentlichen Raum treffen. Also an denen kann es nicht liegen, an den Ungeimpften. Es muss wohl wieder angeimpft und geboostert liegen. Ja, da schau her, die Jecken haben gefeiert. Dafür sind sie auch freiwillig zum Booster entgegangen. Und jetzt sind sie wieder mal schuld an den Fallzahlen. Und man fehlt hier nur noch nicht, dass die Ungeimpften wahrscheinlich heimlich gefeiert haben. Das fehlt jetzt hier noch der Meldungen wegen im Mainstream. Und weil sie im Verborgenen gefeiert haben, sind die Fallzahlen hoch. Man redet natürlich das sich wieder hier auch schön. Ja, so ist es. Und ja, Polen. Das ist jetzt ein tolles Thema. Was ist denn bei den Polen los? Polen meldet lediglich 5000 Neuinfektionen und 6 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Neuinfektionen ist damit nur rund halb so hoch wie im Durchschnitt der letzten Tage. Der Durchschnittswert bei den Todesfällen wird noch deutlicher unterschritten. Er liegt zuletzt bei 176 täglichen Fällen und ähnlich wie in Deutschland werden über das Wochenende vermutlich kaum Daten erhoben und verarbeitet. Daher fallen die Zahlen am Montag so gering aus. Ah, da schon heuer. Deswegen. Vollständige Impfquote ohne Booster in Polen circa 58 Prozent. Und ihr habt ja mitbekommen, ich bin gerade in Polen. Jawohl. Und bin gerade dort unterwegs in Lublin momentan. Und wenn ich mich da draußen so umschauend unterwegs bin, könnt ihr nicht glauben, hier findet Corona eigentlich nicht statt. Die Menschen tragen Maske wie eine Sonnenbrille. Der eine trägt es, der andere nicht. Das ist jedem selber überlassen. In den Restaurants, in den Bars trägt niemand eine Maske. Weder das Personal noch die Menschen, die die Bars oder Restaurants besuchen. Und von einem Covid-Pass, von einer Covid-App, Fehlanzeige. Hier gibt es sowas gar nicht. Ich bin jetzt hier auch unterwegs und man ist erst mal total erstaunt und denkt sich, im Restaurant gar keine, darf ich ohne Maske? Ja. Wer mit Maske reingeht, ist meistens deutsch. Und daran erkennt man sie auch meistens hier. Kleiner Scherz am Rande. Aber da will niemand was. Da steht niemand am Eingang. Da gibt es auch meistens keine Schilder. Masken-Schilder gibt es so ungefähr. Ja, Maske obligatorisch. Daran halten tut sich keiner. Wie gesagt, im Restaurant, da wird gefeiert, getanzt, getrunken und gegessen und gelacht und ohne Abstand. Und ohne Maske und ohne Covid-Pass und ohne Impf-Pass und ohne grünen Pass. So schaut es momentan in Polen aus. Und ja, öffentlichen Verkehrsmitteln, man sieht da immer noch die einigen mit Maske, die anderen ohne Maske. Aber leben, leben lassen, so ist es hier momentan in Polen. Das bei der Impfbote. Und jetzt sagt man auch noch sinkende Fallzahlen. Natürlich liegt es am Meldesystem, genau wie beim Robert-Koch-Institut. Aber ich kann auch nur sagen, es ist schön, mal wieder sich irgendwo aufzuhalten, wo die Menschen total normal beim Essen sitzen. Auch im Restaurant reingehen ohne Maske. Sich aufhalten ohne Maske. Rausgehen ohne Maske. Einen Abstand halten. Es ist unglaublich. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Und wenn man sich das dann in Deutschland anschaut, tja, das ist heute los in Polen. Das ist wirklich richtig toll. Das ist zumindest die eine schöne Seite hier. Und was gibt es noch? Ja, Geflüchtete aus der Ukraine in Mecklenburg-Vorpommern können sich impfen lassen. Ich lasse das Thema jetzt mal weg mit dem Impfen und den Flüchtlingen, weil dazu komme ich gleich. Und Experten fürchten eine Corona-Welle durch den Ukraine-Krieg. Ja, wenn das der Lauterbach hört, dann nimmt er jetzt auch Flüchtlinge auf und Verwundete auf. Und Deutschland nimmt Flüchtlinge auf. Alle nehmen Flüchtlinge auf. Und ja, die Impfquote in der Ukraine ist natürlich ziemlich gering. Und jetzt wäre das dann natürlich wieder ein Argument, weil die Fallzahlen wieder steigen. Und deswegen in die Schuhe zu schieben, ich weiß nicht. Denn das war es jetzt mal mit den Themen, soweit, was Corona betrifft. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu meinem Update, was jetzt eigentlich, was ich hier mache und was hier los ist. Also für alle, die den Telegram-Kanal von Free2Media abonniert haben, ihr habt das mitbekommen, die Tage. Ich poste ja da immer kleine Updates, was mache ich, wo bin ich gerade, immer dann, wenn sich was ergibt. Und ich befinde mich jetzt einfach hier an der polnisch-ukrainischen Grenze, um mal zu gucken, was ist hier los. Wie ist das überhaupt? Die Flüchtlinge, ich war öfters jetzt am Bahnhof in Lublin, habe mir das angeschaut, wo die aus der Ukraine ankommen und versorgt werden. Und dann wieder auf Busse oder auf Züge verteilt werden, um dann weiter zu fahren, quer durch Europa. Manche haben die Möglichkeit, zu Verwandten zu gehen, Auffanglager muss. Es ist also ganz verschieden. Und ja, ich begleite das hier vor Ort. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon hart, wenn man das sieht. Wenn man das immer nur so aus der Ferne im Fernsehen sieht, dann denkt man sich nur, ja. Ja, aber wenn man dann vor Ort steht und sieht diese Menschen, die jetzt tagelang unterwegs sind und dann hier irgendwann mal ankommen. Und es sind ja 90 Prozent Frauen und Kinder. Die Männer dürfen ja nicht ausreisen aus der Ukraine. Das ist schon hart, wenn man dann die Schicksale hört, wie die Familien deshalb auseinandergerissen sind und so in die Gesichter reinschaut, wenn sie mit ihren Tüten, mit ihren wenigen Habseligkeiten hier ankommen. Ja, ist schon was anderes, wenn man da wirklich live dabei ist. Die Tage, also es fällt hier natürlich auch schwer, Kontakte aufzubauen. Die Leute sind sehr, sehr misstrauisch, sehr zurückhaltend. Selbst das Rote Kreuz, Deutsch, Polnisch, da muss man sich hundertmal legitimieren. Die wollen wissen, für welches Magazin arbeitest du, wo werden deine Sachen publiziert. Und wenn du sagst, hey, ich bin freier Journalist, nirgends. Dann ist das erstmal hier, wo man sagt, dem geben wir mal keine Auskunft. Da gibt es dann keine Telefonnummern, keine Pressemitteln. Da muss man dann wieder dranbleiben, weil man wird dann auch überprüft, ob man irgendwie die falschen Kontakte hat, für falsche Medien arbeitet. Und dann gibt es gar nichts an Auskunft. Das ist ja so. Man sieht und trifft hier Menschen auch von öffentlichen Abteilungen von Deutschland, wo man sich denkt, was tun die hier. Haben wir auch noch etwas rausgefunden, bleiben wir aber auch dran. Ja, und auch in die Ukraine zu kommen, arbeiten wir dran, ist nicht so einfach. Ganz klar. Aber auch als Medienvertreter möchte ich natürlich darüber. Jetzt ruft mich auch noch jemand an, hörte meinen Klingelton. Ich lasse es einfach mal klingeln. Wird hoffentlich dann auch wieder aufgeben. Aber, ja, Sekunde. Ist doch lang, ne? Den Ton auf. Ah, jetzt hat es schon aufgehört, Sixta. Also kann ich weitermachen. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, also Auskünfte ist schwierig. Okay, in die Ukraine fahren ginge, aber Problem zurückkommen. Wenn man mit dem Auto rüberfährt, was man kann, Westukraine ist noch nicht so viel Kampfhandlung, dann kann man zwar rüberfahren, aber rüber wieder zurück nach Polen bräuchte man zwei Tage. So ist momentan laut den Auskünften, die ich bekommen habe, die Wartezeit. Jetzt versuchen wir ständig mit Hilfsaktionen da rüberzufahren. Die wollen aber einen nicht unbedingt mitnehmen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich bitte das natürlich immer wieder oder ich biete es Ihnen an, so einen Konvoi zu begleiten, damit man halt auch mal die Bilder hat. Da ist bislang noch nicht so viel vorwärts gekommen. Also da arbeiten wir dran. Wir bleiben da dran, aber wir gucken, dass wir auch darüber kommen, um euch eben mit Bilder zu versorgen. Denn ihr wisst ja, diejenigen, die jetzt über die Ukraine-Krise berichten, haben auch über Corona berichtet. Und ihr wisst, wie die Berichterstattung war. Und weil viele von euch gefragt haben, was macht er denn jetzt da? Genau deswegen bin ich da. Auch mal hier genauer hinschauen. Es ist spannend und es ist ja auch in einer gewissen Art und Weise sehr heikel, denn auch hier in Polen arbeiten die Medien wirklich linientreu, kann man gar nicht anders sagen. Und auch hier muss man genau aufpassen, was man sagt. Auch als fremder Reporter aus einem anderen EU-Land wird mir hier ganz genau beäugt. Es wurde jetzt ein spanischer Reporter festgenommen und eingesperrt, der angeblich als Spion gearbeitet hat. Also auch hier ist alles nicht so frei, wie man sich das wünschen würde. Und vor allem man kann oder es wird auch hier nur in eine Richtung berichtet. Wenn man in eine andere Richtung berichtet, dann hat man glaube ich hier auch seine Probleme. Also sehr spannend alles. Für mich zumindest. Wenn man hier vor Ort ist, es braucht lang, bis man seine Kontakte aufbauen kann und so weiter. Aber ich sehe das jetzt als Herausforderung, denn auch hier glaube ich gibt es wieder nur einseitige Berichterstattung. Und ich denke Corona und diese Geschichte, alles hängt irgendwie zusammen. Und vor allem die Meinungsfreiheit leidet bei allen Sachen. Also ob das jetzt Corona ist, ob das Ukraine ist. Und da gibt es noch viel aufzudecken, viel zu beobachten, viel zu recherchieren, viel anzugucken. Und ich möchte dann eben auch mal vor Ort gucken in der Ukraine, was ist wahr, was ist falsch. Manche Hilfstransporte sagt man, können nicht rüber, dann können sie wieder rüber. Wie auch immer. Also ihr seht, da ist viel. Ich bin dran. Es ist eine Herausforderung, gebe ich zu. Man sieht viel Leid hier bei den Menschen, die hier unterwegs sind. Es gibt aber auch die andere Seite, also es gibt viele reiche Ukrainerinnen, die sich in teuren Hotels eingebucht haben und die einfach jetzt hier mit ihren Kindern die Zeit verbringen. Und es gibt dann eben die, die weniger Geld haben, die halt in den Zügen hier ankommen und dann gucken, dass sie irgendwo anders unterkommen. Da gibt es wirklich auch wahnsinnig Unterschiede wieder, wenn man das so sieht. Ist neu, ist Neuland. Ich war noch nie so nah an sowas dran, gebe ich zu. Ich war auch noch nie so nah an dem Kriegsgebiet dran. Aber ich glaube, das gehört zu einem guten Journalismus dazu, dass man eben für mehrere Themen offen ist. Und wie ich das schon bevor ich hierher gefahren bin auch gesagt habe, habe keine Angst, Corona bleibt auch weiterhin ein Thema bei Free Truth Media. Aber das ist eben halt auch ein Thema, wo man ja, wo man einfach genauer hinschauen sollte. Und noch so viel da dazu. Wer flüchtet aus der Ukraine? Ganz ehrlich, 99% Frauen mit ihren Kindern. Das ist so das. Und weil es immer so Videos gegeben hat, wo ja Afrikaner irgendwie dabei wären oder so. Habe ich nicht gesehen. Bisher waren es wirklich Frauen und Kinder. Omas, ältere, also ja auch ältere Herren, die ausreißen dürfen. Ähm, die waren unterwegs. Und die sind es auch, ähm, die ich getroffen habe. Und seht ihr auch in meinen Videos, meinen Filmen auf Telegram. Warum nur auf Telegram? Ganz einfach, auf YouTube kann man es sich nicht erlauben. Ganz ehrlich. Und deswegen auf Telegram. Und wenn es dann mal ein längerer Film wird, sobald ich jetzt mehr Material habe, dann kommt es auch auf, äh, die Plattform von Odyssey hoch. Aber momentan eben erst mal auf Telegram. Immer wieder kleine Updates, kleine Statements. Und deswegen abonniert auch den Kanal von Telegram. Da kommt es dann auch rüber. Also, ja, das war es mal für den Montag. Bin ziemlich K.O. heute. Aber, ähm, ich bleibe auf alle Fälle dran. Und mein Gedanke zum Schluss ist, wenn man so eine Situation mal wirklich ganz, ganz nah erlebt, wie Menschen mit ihrem Hab und Gut an irgendwelchen Bahnhöfen ankommen, die Kinder im Schlepptau, die Mama im Schlepptau, die Oma im Schlepptau und nicht unbedingt wissen, wo sie hin können, das ist etwas, was einen sehr beschäftigt. Vor allem, wenn die dann auch noch erzählen, die Männer mussten in der Ukraine bleiben, weil sie nicht ausreißen dürfen, weil sie, ähm, da drüben ihr Land verteidigen müssen. Das sind Schicksale, wow, hart. Und da kann man nur froh sein, dass es, ähm, einen im Moment noch nicht selber betrifft. Und ich betone das noch nicht. Denn, ähm, wer weiß, wie sich das Ganze noch entwickelt. Aber auch hier ist es für mich wichtig, so gut wie möglich aus der Mitte heraus zu berichten und einfach Tatsachen und Ist-Zustände zu berichten. Und so ist momentan die Flüchtlingslage hier vor Ort. So ist es hier. Und, ähm, der Ursprung des Krieges, wie weit es zurückgeht, diese ganzen Themen, ähm, das werden wir nicht aufarbeiten. Weil ich denke, das ist so viel, was da hinten dran ist. Ähm, das muss jeder für sich selber machen. Und das kann man auch. Kann man auch ganz gut nachrecherchieren, nachlesen. Und, ähm, also mein Gedanke ist einfach, man muss froh sein, wenn man nicht in der Situation ist. Heilfroh. Und, ähm, ja. Das war's. Teilt, like, kommentiert, wie immer, versachlich, konstruktiv. Natürlich, wenn es euch, ähm, gefallen hat, oder wenn es für euch wichtig ist, dann noch mehr, bringt die Informationen nach draußen. Ihr könnt mir auch Infos zukommen lassen unter featurefmedia.gmx.de. Ihr könnt natürlich auch immer kommentieren, aber versachlich, konstruktiv, genauso im Telegram-Kanal. Und, ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen guten Start in die Woche. Es ist ja heute wieder Spaziergang, Montag. Also, auch da ist wieder viel los in Deutschland. Denn, ähm, ja, viele Menschen bleiben auch hier bei Corona in der Mitte und lassen sich jetzt nicht von allem anderen ablenken. Das merkt man auch. Und was ganz wichtig ist, lasst euch nicht spalten. Das ist noch viel wichtiger. Ähm, pro, gegen, für, wie auch immer. Lasst euch einfach nicht spalten. Das ist, äh, mein Tipp aus der Ferne. Denn hier wird viel gespalten. Und, ähm, das macht da hier oben noch die Schippe mit drauf. So, in diesem Sinne sehen wir uns, ähm, spätestens am Mittwoch wieder zu der Sendung mit den Zahlen. Und zwischendrin natürlich alles Neue von meiner Tour hier Polen-Ukraine im Telegram-Kanal. Deswegen geht in diesen Telegram-Kanal. Also, bis dann und gute Zeit. Danke fürs Zuschauen. Ach ja, und nochmal Dankeschön an alle, die uns unterstützen, die genau das jetzt möglich machen, dass man auch mal so eine weite Tour machen kann. Ihr seid toll. Und wenn auch du uns unterstützen willst für die Arbeit, die wir machen, dann schau einfach in die Kanal-Info bei YouTube oder Odyssee. Da sieht man genau, wie es funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Start in die Woche. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Euer Dirk von FreeTooth Media. Abspann, bitte abspannen. Ich habe aber, ich habe keine Regie. Ich mache meinen Abspann. Ich drücke selber drauf. Achtung, ich glaube, es geht los. Abspann. Tschüss, bis Mittwoch.